Ich bin jetzt hier hinten auf dem Wagen und habe ein bisschen Angst, also Angst habe ich nicht, aber der Buschfahrer ist irgendwie ein bisschen bekloppt. Ich fahre hier hinten auf dem Wagen mit und komme nicht mehr runter. Jetzt fahre ich hier nach Röbel und wehe eigentlich gar nicht nach Röbel. Mein Fahrrad hat einen Platten. Heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Jetzt muss ich mal sehen, ob er mich dann wieder zurücknimmt und dann mal sehen. Das ist ganz lustig hier, aber schwarz fahren möchte ich hier nicht. Die gucken mich alle so komisch an hier. Das ist nicht gut.